Das heißt, können wir auch damit Sprit sparen und in welchem Prozentsatz bekommen wir nicht mehr Sparen? Benzin oder Gasolin oder so? Ja. Und mehr Kraft am gleichen Zeit? Ja, mehr Kraft am gleichen Zeitpunkt. Ja. Der Test verhindert, dass es erhöhte Kraft und keine Müllstoffe gibt. Wow. Also. Ja. Ja. Es ist wirklich, wir hatten die Ergebnisse. Ja. Es ist wirklich, wir hatten die Ergebnisse. Und kleiner und verschmutzung. Wenn wir nur auf das Auto sehen, haben wir über 50% erhöht in Kraft. 50% mehr LH? Ja. In dem Testwerk, das wir gemacht haben, hatten wir in Amerika, es war unter dem LH. Es war unter dem LH. Es war 13% erhöht in Kraft. Halber und voller LH. Ja. Ja. With, you know, zero, zero pollution. Ja. 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 With less power in, in, what we, what we're doing here. Ja. So. What do you want to do? No. It's your job. So, so basically, um, the, the, the hydrocarbon in normal situations, comes down to idle. And I tie it off. Idle. So about 10%. Mhm. The technology. Mhm. The, uh, we are optimizing at the moment, the materials and the, Bob's health manipulation and memorial project. Yeah. That, uh, uh, because basically, uh, we are independent. Okay? So. It's good. The advice that I gave today. He did not know what I was gonna say. No, it's okay. Also, wir sind, unser Team ist unabhängig von ihm. Er wusste auch nicht, was ich heute erzähle über die Maschine. Ja. And I'm very grateful for that because the problem with our society is that with everyone trying to own something and, uh, more interested in money than humanity. Er will mehr verdienen als der andere, will mehr Gewinn machen als der andere. Yeah. And I'm very grateful for Bob to share his hard-won knowledge. Und ich freu mich sehr, dass Bob bereit ist, seine hart erarbeitetes Wissen und seine Erfahrung mit uns zu teilen und zu helfen, diese Technologie ihr Eifer erlangt und zu einer möglichen technologischen Revolution führt. Vor 20 Jahren. Das heißt, die Idee von Open Source. Ja. Also freies Wissen. Und auf unserer Basis arbeiten wir jetzt, also auf Open Source Basis in einem offenen Dialog miteinander. Die Informationen werden, wie gesagt, alle auf der Homepage veröffentlicht. In fact, I, I said to Malcolm Bendel the first time, it was the third party that reached out to me. Also, eh, als wir uns das erste Mal getroffen haben, er war... Das Mikrogetter. Das Mikrogetter. Die Lautsprecher. Ah, Mikro ist aus. Batterie alle. Genau. Oder ist es angesprochen? Ja, ja. Noch eine Sprechprobe. Sprechprobe. Ich habe die Batterie gekillt. Ich habe genau noch getroffen. Es ist eine andere. Ich habe gesagt, das Projekt würde nur mit Malcolm arbeiten, wenn er Open Source weitergeführt wird. Also, ich habe gesagt, das Projekt lässt sich nur verwirklichen, wenn es auf der Basis von Open Source weitergeführt wird. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Far away from paranoia. And the other things. You know, tomorrow I will move the world. As Malcolm said, the information is already there. Tesla's radiant energy, it's the same thing. And what you see with the device creating static electricity from steam, that is also from the 1800s. And here we are, we are still messing around. We need to be open and work together. Exactly. Great. Ja, also die selbe. Es sind zum Teil ja nicht neue Sachen. Sachen, die sich zurückführen aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Also, und wir fummeln heute weiter. Was? Thank you.